Der Ehemann der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin Meserle Tolu ist aus der Haft entlassen worden. Suat Korlu habe das Gefängnis in Istanbul verlassen, bestätigte der Sprecher des in Berlin ansässigen Solidaritätskreises Freiheit für Meserle Tolu, Baki Sechuk. Der Journalist sei nun auf dem Weg zu der Wohnung seines Schwiegervaters. Ein Gericht in Istanbul hatte zuvor die Freilassung von Suat Korlu angeordnet und den Haftbefehl aufgehoben. Es sei der erste Verhandlungstag Korlus gewesen, der ebenfalls als Journalist in der Türkei gearbeitet hatte. Vor dem Gefängnis warteten die Schwester und der Vater von Meserle Tolu auf ihn. Laut Sechuk läuft das Verfahren gegen Suat Korlu weiter. Ihm wird wie seiner Frau Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, seit April war er in Untersuchungshaft. Korlus Anwälte würden sich nun die schriftliche Begründung des Gerichts anschauen müssen. Möglicherweise sei die Freilassung mit Auflagen verbunden. Tolu hatte in der Türkei für eine linksgerichtete Nachrichtenagentur gearbeitet. Sie wurde Ende April festgenommen, als Polizisten einer Antiterroreinheit ihre Wohnung stürmten. Ihr wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Terrorpropaganda vorgeworfen. Der Deutschen drohen nach Angaben ihrer Anwältin bis zu 20 Jahre Haft. Derzeit sitzt Tolu zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn im Frauengefängnis im Istanbuler Stadtteil Bakirköi ein. An ihrem ersten Verhandlungstag Mitte Oktober wies sie die Terrorvorwürfe zurück und forderte ihre Freilassung. Ich habe keine der genannten Straftaten begangen und habe keine Verbindung zu illegalen Organisationen, sagte Tolu vor Gericht. Den Antrag ihrer Anwälte, sie bis zu einem Urteil auf freien Fuß zu setzen, lehnte das Gericht jedoch ab. Vertreter der Bundesregierung können die Journalistin und Übersetzerin Meserle Tolu am 1. Dezember erneut im Gefängnis besuchen. Menschenrechtsgericht erhält Antwort der Türkei auf Vorwürfe Jücelts Bewegung gibt es auch im Fall eines anderen inhaftierten deutschen Journalisten. Die türkische Regierung hat ihre Stellungnahme zum Fall des inhaftierten Weltkorrespondenten Deniz Yücel beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Sie sei am Dienstag eingegangen, bestätigte ein Sprecher des Gerichts in Straßburg. Um Mitternacht wäre die vom Menschenrechtsgericht gesetzte Frist für die Stellungnahme zur Beschwerde Jücel gegen seine Untersuchungshaft abgelaufen. Das Dokument soll nun den beteiligten Parteien weitergeleitet werden. Über den Inhalt ist nichts bekannt. Jücel, der die türkische und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, sitzt seit dem 14. Februar in der Türkei im Gefängnis. Die Behörden bezichtigen in des Datenmissbrauchs der Terrorpropaganda und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Eine Anklage legte die türkische Justiz in den neun Monaten allerdings nicht vor. In der Beschwerde beim Menschenrechtsgericht hatten Yücel's Anwälte das Vorgehen als Verstoß gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit, gegen die Meinungsfreiheit und gegen das Verbot von Folter und unwürdiger Behandlung in der Haft bezeichnet, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben sind. Sollte der Gerichtshof zu dem Schluss kommen, dass eine Grundrechtsverletzung vorliegt, wäre die Türkei als Europaratsmitglied verpflichtet, Yücel aus der U-Haft zu entlassen. Rundfunk Rundfunk Bis zum nächsten Mal.